In drei Teile haben wir das Reich geteilt, um jetzt schon zu verhindern zukünftigen Streit. Und möchten abschütteln, alle Sorgen und Pflicht von unserem Alter und sie jüngeren Kräften übergeben. Meine Töchter, welche von euch liebt uns am meisten? Wenn er weiter so agiert und mit seiner Macht herumschlägt, dann wird dieser Rücktritt uns nichts als Schaden am Ende. Nichts könnte die Natur so verdrehen als herzlose Töchter. Ich lieb euch, wie ich muss. Nicht mehr, nicht weniger. Die Jungen steigen, wenn die Alten fallen. Du nennst mich einen Namen. Oh, die anderen Teile haben sich in der Welt mit dir übernommen. Jetzt guckst du mich so frech an, wenn die Augen durchsliegen. Mutzloser alter Mann. Wer nicht hören will, der lernt aus seinen Bunden.